so was geht ab meine freunde so kassier wieder weg mal mit dem commentary im hintergrund seht ihr ein riesiges krasses gameplay meine freunde 70 sekunden juck auf aufgaben mit der ump natürlich eröffnet ump beste aufgaben bestellen alle beste leute schild ump schalte einfach normale klasse wie immer und die waffe zerstört einfach nur alter zerstört einfach 70 sekunden juck ah ja ich habe ja bemerkt ich habe übelst vier neue abonnenten gegen den team mit dem witzgeist ist glaube ich könnte mal vorbeischauen ein paar team mit eingeben wurde ich tut meine beschreibung damit ich finde keine ahnung weiter ja 60 70 sekunden juck war das beste war ja am ende hier habe ich eisgarten juck bei 199 punkten rausgehauen da war comeback wie 34 mal vor ac gestorben ich glaube ich hatte zweimal sogar eine also ist das irgendwie übel sind und wortel dreht durch jungs ja was soll man dazu sagen noch zu einem gameplay es war halt gut das ist ja noch gewonnen habe dann gewinnt das beste habe ich denn einfach chili haben die gedacht ja wie sie will über 99 punkte haben er ja ich sie in der tasche man und ich drücke den eisgarten auf eine ukrain wie 80 game play ja das war es eigentlich schon war einfach kurz kommentarys werden ich probiere ein paar live kommentarys und so zu machen später oder morgen dann lade ich die hoch und leute lassen leichter lassen kommentar alles was geht und dann bis zum nächsten mal tschau sind leute